Nein, ohne Scheiß. Mir fehlen so viele Sachen, die einfach weg sind. Spitzhaken bis zum... geht nicht mehr. Als ob ich mal irgendwo krepiert bin. Weiß ich nicht mehr, da müsste ich die Folgen gucken, ob da irgendwas war. Weil du bist ja nicht so dumm und lässt das einfach liegen. Ich meine auch, dass mein Todeschnitzel weg ist, als ob ich irgendwo auf meine Kiste gesetzt hätte, einfach. Und die vergessen hätte. Ich habe keinen anderen Projekten von dir geguckt. Ich meine, bei, ob da irgendwas sein könnte. Du hast ja wirklich oft irgendwo Truhen. Keine Ahnung, ich habe meine Notizen verloren. Das hast du wahrscheinlich da auch. Hast du zum Beispiel mal bei deiner ganz neuen Villa geguckt, ob da irgendwo eine Truhe ist? Hm, ich habe keine gesehen. Also ich habe es nicht. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle. So, ich gucke jetzt nochmal hier. Bullshit ist das. Ich habe Seelen-Sund. Ach, hier ist nur Erde. Also, das ist eigentlich ganz cool. Gloss-Schneiden, wieso nicht? Alter, ich habe jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, ein Viertel-Stacks Juju-Meta. Das ist geil. Ich mache das alles zu Gunpowder und mache das aufs TNT. Spaß macht. Nein. Warte, warte, wie viel hast du? Sieben, ein Viertel-Stacks? Ja. Ich habe fast das Doppelte. Ja, du hast es auch schon ein bisschen länger, ne? Ja, schon, aber ich habe so oft schon was verbraucht. Mittlerweile. Ich glaube, ich habe jetzt schon 500 verbraucht oder so. Für Kupfer, Eisen und noch irgendwas anderes, das mir jetzt nicht einfällt. Redstone. Hauptsache, du holst mich nicht ein, das ist wichtig. Keine Sorge, mir fehlt auch Uranium und mein Teil ist bald wieder alle. Entweder ich habe 20 und sieben oder ich habe nur sieben, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe nur sieben. Ich bin gerade so richtig hochgesprungen und zwar vom Berg runter und das konnte ich gar nicht ab. Ich hoffe, der Server kackt gleich nicht ab, wenn ich da wieder hinreise. Aber es generiert ja nichts neu, hoffe ich. Es werden viele Chunks geöffnet, das ist das Problem. Ja, aber auch doch, dass der erst mal was generieren muss. Das auch, aber das ist nicht viel. Das Problem ist die Öffnung der Chunks. Aber es werden doch auch immer wieder welche geschlossen, wo ich nicht mehr... Nee, das ist ja das Problem. Oh. Also die werden zwar nicht mehr gerendert, aber diese Chunks sind immer noch aktiv. Das ist deswegen so, falls andere Mods, äh... Damit andere Mods wie Buildcraft für Quarry das beantragen können, sozusagen. Ähm... Das, das, äh... Ja gut, dann mache ich das später, in zwei Stunden oder so. Oder kann ich das jetzt? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt speziell laufen muss. Je nachdem, ich komme gleich mal rüber zu dir, dir helfen, also... Bleib ruhig mal da. Weil der müsste jetzt fertig sein. Okay, da haben wir aus dem Lava gestorben. Alltag, ne? Ja. So, Lava-Lake. Erst mal schön gucken. Irgendwas... ...was Schwefel vielleicht ein bisschen ähnelt. Ich glaube, dazu bin ich noch zu hoch. Äh, Oranium. Oh, nicht schlecht. Okay, was immer das hier für eine Gegend ist, die gefällt mir. Diese Gegend gefällt mir sogar sehr. Heiratet sie doch. Hab ich schon. Hm, Oranium. Cool. Wenn das so weitergeht, ich brauche 60... Ich habe 47 oder 48. Gerade wenn ich 60 schaffe, dann kann ich wieder einmal Reaktoren neu machen. Ich kriege Durst um einmal. Trink doch mal. Och, und Wut. So eine Wut. Alter, jetzt fehlt noch, dass ich zum Hulk werde. Dann können dich andere verkloppen. Einfach, wie es mir gerade passt. So ein Passant, der Hobby-Rente dir nichts getan hat. Pff. Die, what the fucker. Und dann eher so... Ah. Also ich habe mir gerade so einen riesen Zinnflöz gefunden. Und ich glaube, das sind schon mehrere, die hier aneinander sind. Genau. Und ich habe jetzt 20, 22. Tin-Ohr. Irgendwie ist Zinn für mich langsam immer wertloser. Also irgendwie... Ruhig schnell kaufen bei mir. Weil irgendwann bin ich dann auch an der Grenze und verlange irgendwas anderes. Was du mir wahrscheinlich nicht geben willst. Aber irgendwann so weit bist. Dass du es mir doch gibst. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Wichtig ist Eisen. Ich habe zwar genug Eisen jetzt für den HV Solar Array. Aber... Okay, dann kaufe ich erst mal Zeugs. Oh, ich bin schon wieder voll. Mann. So... Wer wagt es? Mit dem Pfeil in den Rücken zu schießen. Ich. Übrigens, die Folge, wo du wegen dem Server gefragt hattest. Was ist denn Server? Ganz besondere mit dieser Eiswelt da. Hat leider keiner den richtigen Server gepostet. Ich glaube, ein, zwei Leute haben sogar Servernamen gesagt. Aber das war nicht die richtigen, leider. Oh, Mann. Ich glaube, den werden wir nie wiederfinden. Ich glaube, du solltest dich verabschieden. Nein. Ich kann nicht. Ich bin schwanger. Und das Kind muss seinen Vater kennenlernen. Ich erschrecke mich trotzdem immer wieder, wenn da Creeper sind. So, ich dachte, weil ich schwanger bin. Nö, das finde ich geil. Oh, Gott. Ich habe einen Schwanger-Fetisch. Alter, jetzt reicht's. Irgendwann geht's einfach zu weit. Da kann ich nicht mehr dein Freund sein. Oh, Gott. Das sagt der Richtige, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Was ich so für Gedanken habe, sind normal. Ein bisschen übertrieben, aber normal. Aber deine sind krank. Das geht eigentlich. Aus dem hast du mich zu dem gemacht. Nein. Ich war ganz normal, da habe ich dich kennengelernt. Das stimmt gar nicht. Ich bin normal eigentlich ganz normal drauf. Und wieso hast du dich denn so verkorkst, seitdem ich dich kenne? Nicht von mir. Ja, ja, ja. Du raubst dich eoparden drauf. So, ich habe mir erst mal drei Stacks Teakholz geholt. Ich glaube, jetzt ist mal ein paar Bienen schon. So. Du bist hier überall hier nur irgendein, dann falle ich. Ah, arbeitssam. Hä? Hä? Hast du, ich dachte, wir gerade hier sind. Du würdest es gar nicht merken. Irgendwisch schon. Wenn ich dein Haus spreng. Irgendwisch schon. Ist doch wohl mein Haus. Ich glaube, ich habe es verlegt. Hm, komisch. Renne einfach ein Stück weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.